Mein Herz schlägt frühe weiß, frühe weiß Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 21 Werder Bremen Karriere und ja, heute gibt es sehr sehr viel was ansteht würde ich mal sagen wir haben das Rückspiel im Halbfinale gegen Liverpool was super spannend wird, weil das Hinspiel mit einem 2 zu 2 ausging und das war bei uns zu Hause, also Liverpool mit den Auswärtstoren dann da doch im Vorteil müssen wir auf jeden Fall zwei Tore machen gegen Liverpool das wäre dann wahrscheinlich am entspanntesten und dann noch in der Bundesliga das große Finale ich denke mal DFB Pokal und falls es dazu kommt Champions League Finale packen wir in die nächste Folge, gut falls es nur DFB Pokal ist, wird es eine recht kurze Folge aber wir gucken ja nochmal alles an, Torschützen, wer hier bei uns am besten war und all sowas und daher würde es sonst auch gehen auf jeden Fall heute sind die drei Spiele dran ich weiß nicht, vielleicht muss ich beide spielen vielleicht simuliere ich gegen Frankfurt, Spiel gegen Hannover damit wir das letzte Spiel so als Finale haben oder ich mache es andersrum das schaue ich alles, aber auf jeden Fall jetzt erstmal voller Fokus auf Liverpool denn das wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel wenn ihr Bock auf die Folge habt, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da ihr könnt auch gerne wie immer den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr gar nichts mehr verpasst würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten könnt ihr gerne für ein bisschen Ultimate Team Content mein Instagram abchecken diese Weekend League wird nämlich sehr wahrscheinlich mal wieder gespielt und deshalb, ja, würde ich ja sagen quatschen wir nicht mehr so groß im Raum wir wollten noch einen Außenspieler verpflichten da gucke ich natürlich auch nochmal rein ihr hattet in die Kommentare geschrieben dass dieser Karamoko Dembélé ziemlich gut sein soll und dann würde ich den wahrscheinlich auch mal nehmen ich habe nur ein bisschen Angst beim Gehalt wir wissen halt aktuell gar nicht wir wissen sein Rating nicht wir wissen nicht wie viel der verdient wir wissen gar nichts wir schauen einfach mal rein und gucken was das wird ab funktioniert der Transfer wir haben Karamoko Dembélé 70er Gesamtstärke ist jetzt nicht so die direkte Hilfe die ich mir erhofft habe also vielleicht werden wir da gleich nochmal tätig ach du Scheiße wen habe ich denn da verpflichtet Jonathan Betancur äh 67 das hat nicht ganz so gut funktioniert das ist das Problem wenn die Spiele nicht richtig gescoutet sind kleines Problem Leute wir sind jetzt wir sind jetzt schon drin im Spiel weil ich eventuell ich habe darauf geklickt dass wir es simulieren deswegen habe ich dann schon nochmal auf Eingreifen geklickt und äh ja wir machen das mal eben hier Feeling komplett zerstört wir schauen uns die Aufschwung einfach mal so an und unsere Ausweg zu machen sieht man nicht herzlichen Glückwunsch wir haben äh ja Pavlenka im Kasten Aaron Friedrich, Aya und Mendes in unserer Viererkette Maya, Gonzales und Maya und vorne halt Jakobs, Rashica und Dembélé ja äh das ist noch gerade alles schon wieder komplettes Chaos wir schauen wie Liverpool spielt Alisson im Tor Trent Alexander, Arnold, Gomez, Van Dijk und Robertson bilden die Viererkette Fabinho, Henderson und Kroos dann das Dreier-Mittelfeld und Salah, Firmino und Sané äh Sané wahrscheinlich Sadio, Mané die Dreier-Offensiv-Reihe also eine ziemlich starke Mannschaft bei Liverpool ich zeige euch hier nochmal unsere Bank hat Dembélé ja Debitant und wir haben Betancur dabei wie gesagt vielleicht überzeugen die ja trotzdem auch wenn das Raging nicht so geil ist aber ich nehme ihn immer noch lieber mit als Schönfelder äh sag ich euch wie es ist deswegen ich bin gespannt wir haben keine schlechte Mannschaft die von Liverpool ist natürlich individuell gesehen deutlich besser und wir brauchen hier einen Sieg mit einem 0-0 verlieren wir oder wir machen ein 3-3 am besten wir schießen auf jeden Fall zwei Tore denn äh ja ansonsten wird das hier das letzte Spiel in der Champions League sein dann auch noch so eins wo ich hier komplett das Feeling zerstöre nämlich zu den Anfang überspringen aus Versehen aber gut wir gehen damit rein gegen Liverpool oh Nuno Mendes Digga aber wenn du das Duell schon eigentlich gewinnst gegen Salah dann nimm auch bitte den Ball mit ey Maja steh doch auf liegt der da am Boden Mann wir sind hier nicht im Urlaub wir sind hier in der Champions League und das gibt ein Elfer weil ich den Ball wegschlagen wollte ein bisschen weiter vorrutschen wollte geil gelb Mohamed Salah Eckball für Liverpool Salah läuft da einfach an Ahrens Ahrens Digga bist du ein Verteidiger oder Dekoration da hinten Eckball für uns der ist super schlecht der also Maja der ist so schlecht getreten wirklich ich glaube die Jungs haben einfach keinen Bock auf Champions League Finale Rashica gib Gas mein Junge die sind aber auch immer alle schnell oh nein der war drin der war wieso gibt es keine Wiederholung ich verstehe das nicht auch beim Elfer eben es gibt keine Wiederholungen aber das ist alles so verbuggt weil ich hier von der Simulation reingegangen bin habe ich das Gefühl wie soll man das denn jetzt auskosten auf jeden Fall Maja mit einem Traumtor auf jeden Fall das Abseits Rashica ich glaube das war kein Abseits ich glaube das war kein Abseits und dann macht Rashica das 2-2 es gibt zwar wieder keine Wiederholung ich kann mich nicht drüber freuen aber jetzt wenn sie den Ausgleich machen werden wir nicht instant raus wir haben unsere Hausaufgaben gemacht 2 Auswärtstore richtig wichtig und es würde theoretisch reichen wenn wir das einfach halten so wie das Spiel aber bisher läuft fallen hier Tore am Fließband und ich gehe nicht davon aus dass das so bleibt ja einfach mal Langholz ähm alter was war das denn für ein Abschlag von Pavlenka das war ja der Abschlag Gottes da wäre ja fast richtig was draus geworden aber leider ist Karamoko noch ein bisschen zu jung und zu frisch dafür ja damit dürfte es jetzt gewesen sein wir gehen in die Pause ja wir gehen in die Pause ja nicht mal hier gibt es eine Wiederholung Alter es ist so schade gerade ich weiß nicht ob das daran liegt dass ich hier Scheiße gebaut habe oder einfach weil die A's nicht hinkriegt und wir haben 68% Passgenauigkeit und führen damit gegen Liverpool mit einem Torschuss und zwei Toren ich raff das nicht aber meinetwegen wir gehen rein in die zweite Halbzeit die Kamera ist irgendwo in sonst wo und wir haben einmal gewechselt wir haben nämlich Friedrich rausgenommen und dafür Veljkovic gebracht weil ich einfach viel zu viel Angst habe dass der eben hier noch vom Platz fliegt was nicht ausgeschlossen ist wenn man eine Notbremse oder so machen muss ja wir nehmen groß den Ball ab González schickt Rashica komm Rashica mach das dritte mach das dritte oh Mann ey der lässt uns richtig zittern Rashica gib Gas Rashica du bist schneller das wissen wir Rashica wir versuchen den Ball irgendwie auf González zu ringen González Mann Alter Sense ach du Scheiße ja Thiago plötzlich irgendwie dribbelt sich dadurch alle durch Maja spiel ihn doch Maja Digga das ist also langsam ist das hier aber ey es ist einfach Arbeitsverweigerung es ist wirklich einfach Arbeitsverweigerung Karamoko war so blank da unten eben und er kriegt diesen beschissenen Ball einfach nicht gespielt mein Gott Maja was machst du eigentlich hauptberuflich Digga Maja ne 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 es war schon wieder ein Foul also der Schiedsrichter wirklich das ist der schlechteste Shirin Fifa den ich je gesehen habe mein Gott und dass es keine Animation gibt macht mich fertig wir haben nämlich zweimal geweckt ich habe Mangala für Maja gebracht weil ich sonst eigentlich den Nervenzusammenbruch kriege und mal Betancourt für Karamoko der Melee weil der irgendwie mittlerweile ein bisschen untergetaucht ist ach jetzt hier haben wir Wiederholungen schön also es ist ganz ein ganz verbuggtes Halbfinale gerade jetzt der Freistoß für Liverpool und der ist drin natürlich trennt Alexander Arnold in seinem Leben noch nichts anderes gemacht haut den Freistoß in den Winkel und alles wieder auf Anfang nein lass den nicht spielen den Pass den hätte ich dir schon voraussagen können dass der da so kommen wird Fabinho wo hat er den denn her geholt nochmal ein Eckball für Liverpool jetzt jetzt einfach lang weg ganz ganz weit weg wer ist denn da so schnell Tabsoba Alter man das war so stark gemacht und Tabsoba vernichtet all unsere Träume da gerade halt dann wieder so ein langer Ball und der kommt diesmal an der kommt wirklich an Aaron das ist jetzt nicht sein Ernst ey er läuft er läuft ah nee also wenn dieses Spiel nicht verbuggt ist dann weiß ich auch nicht du kannst mir nicht erzählen dass das so sein soll dass der Aaron da irgendwie am Ball vorbeieiert da unten Betank oh Gott oh Gott haben wir das Tempo verloren ach Gott ach Gottchen Betankur geht ab Betankur ja macht das gut ach Mangala Mann ey ich hab keine Lust mehr ich bin wirklich am grätschen wie sonst was ne mir ist das so egal ob das hier es geht in die Verlängerung ob das hier ein unfaires Fußballspiel ist oder nicht ich hab einen Torschuss ich bin da nur am reinhacken dieses Spiel es ist auch so nervig gerade ich will das irgendwie gewinnen wir haben keinen Wechsel mehr und es geht rein in die Verlängerung mal gucken wer mehr Körner hat ich hätte da ne Tendenz Jakobs gibt ach du Heidi der ist so platt der ist so platt der alles go ich sag ja die Jungs wollen einfach nicht ja das war's damit hab ich nicht gerechnet dass Pavlenka den hält beziehungsweise dass er angeschossen wird er konnte ja gar nichts anderes machen als den Halten so wie der Schuss kam Rashica wir haben keine Ausdauer mehr Mangala Mangala 3 zu 2 ei ei der kam eigentlich um die Defensive zu verstärken und jetzt macht er hier das 3 zu 2 für uns und jetzt sind wir im Vorteil Liverpool braucht 2 Tore zum weiterkommen Jungs jetzt bitte lasst euch hier nicht die Bude vom Rot nehmen Mangala oh Herr Mangala hätte sie zum Held werden können als eingewechselt um die Defensive zu verstärken und macht das Tor wir gehen rein in die Pause es tut mir übrigens nochmal leid dass dieses Spiel was eigentlich unfassbar mitreißend ist so super scheiße ist weil es einfach keine Wiederholung gibt es tut mir wirklich leid Leute Rashica auf Betankur Betankur oh man ey den kann man auch mal machen fuck Fabinho und unserem 16er ah yeah äh ich würde am liebsten Aaron einfach instant verkaufen so wie der mich in dem Spiel schon abfuckt es gibt eine Ecke für Liverpool Salah kein Balken mehr bringt die Ecke rein die ist nicht schlecht Jakobs ist da da kommt jetzt der Schuss aus der zweiten Reihe oder? nein Thiago nein und Fabinho netzt Fabinho netzt 3 zu 3 nächstes wenn Liverpool noch eins macht sind sie weiter Stand jetzt sind wir noch weiter ach du scheiße nein weg es gibt was denn jetzt was denn jetzt Schiedsrichter gelb für Mangala von wo gibt's denn ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße man ne semmelt den drüber die Nachspielzeit läuft Zeit lassen Pavlenka ruhig ganz ruhig kommt schon irgendein Symbol jetzt können wir ihn mal langsam wegschlagen ganz ganz weit Pavlenka ganz ganz weit Abpfiff ach du scheiße wir stehen im Champions League Finale keine Animation keine Emotionen von den Spielern im Feld die wir zu Gesicht bekommen haben was das ganze komplett kaputt macht aber ich will das Spiel jetzt definitiv nicht nochmal neu spielen denn heilige Scheiße war das knapp es war so so knapp wir können uns das gerne nochmal anschauen alles hier ganz in Ruhe nochmal mach ich sonst nie ich weiß aber jetzt wir haben keine Wiederholung gesehen ach okay es gibt auch hier nicht wirklich Wiederholungen alles klar wir schauen hier nochmal drauf unser Tor dann der Ausgleich von Rashica liegt drüber Maia Latte und dann ist er irgendwo noch hinter die Linie gedopselt wir schauen nochmal drauf jetzt haben wir tatsächlich nochmal eine Wiederholung das war nämlich ein echt echt starkes Tor also ich weiß nicht ob er den so wollte aber ich glaube Alisson wäre dran gewesen wenn er ihn nicht so hoch geschossen hätte also es war ganz wichtig dass er den so gemacht hat dann unser Führungstor Milan Rashica lässt ihn mit der Schusswitte Gomes stehen und schlenzt ihn dann wirklich ins lange Eck war auch ordentlich zunder hinterm Schuss Weltklasse Tor eine Parade von Alisson ja Karamoko Dembélé super nach dem langen Abschlag von Pavlenka war das der platziert ihn dann leider überhaupt nicht ja Fehlschuss von Rashica ich dachte wir können hier das 3-1 machen und es wäre alles so gut wie klar ja aber Rashica setzt ihn leider am Tor vorbei ansonsten gut gespielt gibt es da nichts zu beanstanden hier der Freischuss von Trent der war halt einfach bockstark da machst du nichts wir haben die Mauer noch ein bisschen nach rechts verschoben bringt alles nichts danke liebe Kamera die war richtig gut wir schauen dann nochmal drauf der ach du heilige der ist halt Winkel und dann Unterkante Latte da machst du gar nichts Pavlenka wir schauen drauf 83. Minute hat der Mann nochmal ordentlich was pariert hier der Longshot von Fabinho der wirklich offensiv richtig richtig Alarm gemacht hat der Alice Gonzalez hatte dann hier nochmal eine gute Gelegenheit eigentlich das Spiel zu entscheiden setzt ihn dann leider ganz ganz knapp am Giebel vorbei aber dann haben wir ja unseren Mann der eigentlich nicht dafür da ist Orel Mangala nach der Reingabe von Rashica hat er quasi das leere Tor vor sich musste nur noch einschieben richtig richtig stark und dann nochmal Fabinho der den ganzen Lachs nochmal spannend macht Weltklasse Chip der hier von Thiago kam und dann ist er da nicht im Abseits und kann ihn da reinlünden ja Aarons es war Aarons sehen wir da auf jeden Fall auch gerade der da vorher auf der Linie stand glaube ich der das Abseits aufgehoben hat belastend aber ist ja noch alles gut gegangen gelbe Karte für Mangala gab es hier noch wofür jetzt genau können wir nochmal nachschauen da kommt er die Gegenspiele sind unsichtbar in der Wiederholung es ist natürlich auf jeden Fall gut und dann die letzte Aktion des Spiels der Freischuss von Mané den setzt er aber drüber und damit ja haben wir das Spiel durch die Auswärts-Torregel gewonnen wenn ich meine Mathe-Skills nicht vernachlässigen und das Spiel das Spiel hat uns ins Finale gebracht wir waren nicht da wir haben eigentlich nicht stattgefunden wir haben unsere Passgenauigkeit von 68 Nummer 80 nach oben gekriegt ansonsten war das ein super schlechtes Spiel von uns aber wir haben das Ergebnis eingefahren und das ist im Endeffekt gerade alles was zählt denn wir stehen im Champions League Finale Leute bevor jetzt das nächste Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt ansteht schauen wir nochmal auf die Tabelle und ja Frankfurt ist für uns nicht mehr gefährlich sind auf 10 sind 10 Punkte hinter uns also das sind keine keine direkten Konkurrenten gegen die werden wir spielen Hannover auf 16 deswegen glaube ich dass wir gegen Frankfurt simulieren und dann gucken ob wir gegen Hannover noch irgendwas retten müssen und das dann spielen ähm ja jetzt brauchen wir eine komplette B-Elf weil Champions League und Verlängerung das war nicht ganz so gut unsere Jungs sind komplett tot und deshalb ja müssen wir mit einer B-Elf gegen Frankfurt ran das simulieren wir dann und dann schauen wir mal wie es weiter geht wir schauen erstmal auf die Champions League wie sieht das Finale aus haha Werder Bremen gegen Real Madrid wir haben aber doch glaube ich auch schon in dem Verlauf wir haben doch Barcelona rausgehauen ne Atletico Madrid war das ja gut Barca aus der Gruppenphase dann Atletico haben wir gefinisht Real haben wir ja nicht gefinisht dann PSG Liverpool und jetzt kommt Real also spanische Mannschaften können wir auf jeden Fall deshalb ich bin gespannt was das gegen Real Madrid geben wird und jetzt ja bin ich gespannt was die Simulation gegen Frankfurt geben wird wir schauen auf die Aufstellung der Frankfurter die spielen in der Dreierkette Rönne und Kasten Valet Quartes und O'Connell in der Dreierkette Rustic Da Costa Rode Kostic Kamada im Fünfer Mittelfeld Silva und Dost dann die beiden Stürmer unsere Aufstellung seht ihr links Pavlenka am Kasten Agu Friedrich Friedl und Henry in der Viererkette Mangala Meier und Schmid im Dreier Mittelfeld und Dembele Fuchs und Betancourt vorne ja die Offensive ist schwierig in dem Spiel aber vielleicht wachsen die Jungs über sich hinaus wir klicken direkt mal drauf ich bin gespannt wir verlieren 1 zu 0 damit könnte das in der Bundesliga nochmal ganz ganz eng werden ihr seht es da unten wir wurden überholt von Leverkusen sie haben 2 Punkte vor uns sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand Leverkusen muss gegen Leipzig ok wo ist Leipzig denn Leipzig ist auf 11 ich dachte das wäre eine Herausforderung jetzt weil wir müssen dann gegen Hannover wir müssen gewinnen und Leverkusen ok unentschieden dürfen sie auch spielen unentschieden dürfen sie spielen Torreferenz ist bei uns nämlich besser und wenn wir gewinnen wird sie auch besser wenn die unentschieden spielen wird es bei denen halt nicht besser deshalb ok Leverkusen darf nicht wir müssen gewinnen Leverkusen darf nicht gewinnen damit wir in die Champions League kommen Leute das wäre essentiell wichtig damit jetzt ein herzliches Willkommen aus der HDI Arena heißt das Schein von Hannover so ja Mensch da weiß ich ja doch noch was in der HDI Arena Hannover 96 empfängt nämlich den SV Werder Bremen am 34. Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison und für Werder Bremen geht das hier um einiges ich bin gespannt ob wir die Tabelletländer mal sehen werden ich weiß gerade gar nicht ob es für Hannover noch um irgendwas geht auf jeden Fall Werder Bremen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und Leverkusen auf dem vierten und Werder Bremen möchte natürlich in die Champions League sie spielen auch gerade eine sehr sehr erfolgreiche Champions League-Saison mit vielleicht sogar dem Champions League-Sieg und äh ja ansonsten über die Bundesliga sieht es stand jetzt nicht danach aus dass man sich qualifiziert für die Champions League deshalb braucht Werder Bremen in diesem Spiel einen Sieg und Leverkusen darf nicht gewinnen ein Unentschieden von Leverkusen und ein Sieg von Werder würde ihnen ausreichen jetzt schauen wir auf die Aufstellung des Gegners von Werder Esser im Kasten Franke Seiner, Dean und Ellis in der Dreierkette Meiner, Bijol Drinkwater und Evina im Vierer Mittelfeld Oberfemi und Armstrong auf den beiden Zehner Positionen und Marvin Duxch als alleinige Spitze vorne drin ich hoffe der wird uns nicht allzu viele Probleme bereiten Musliah ist noch da auf der Bank Suleimani haben sie noch also die Truppe ist jetzt nicht ganz verkehrt aber wir haben natürlich schon die bessere Mannschaft natürlich offensiv auf außen vor allem dann doch ordentlich geschwächt wir schauen auf die Aufstellung Pavlenka bei uns wie immer im Kasten die Viererkette aus Agu, Friedrich, Ayer und Rico Henry unser Mittelfeld wie immer Meier, González und Meier und halt dann die Offensive Jakobs, Rashica und Karamoko Dembélé ich bin gespannt wir brauchen den Sieg und vielleicht in der Halbzeit können wir mal schauen wie es bei Leverkusen steht und damit gehen wir jetzt rein gegen Hannover ins kleine Nordderby Jakobs da auf Rashica Rashica da ist Derlis González und das ist ganz wichtig oben links sehen wir die Tabelle die Tabelle ist glaube ich leider nicht die Blitztabelle aber gut da war das Tor noch nicht gefallen 1-0 auf jeden Fall für Werder Bremen durch Derlis González der Mann auf Südamerika der bei uns einschlägt wie eine Bombe gegen Liverpool nicht allzu viel gemacht ein bisschen untergetaucht aber jetzt gegen Hannover schon wieder mit dem ganz ganz wichtigen 1-0 ich hätte jetzt gerne den Live-Dicker wie es bei Leverkusen steht aber das ist in FIFA ja leider nicht wirklich vernünftig integriert auf jeden Fall 1-0 Bremen Evina jetzt im 16er hat er irgendwie physisch gesehen ordentlich den Vorteil aber Marvin Friedrich macht das hier stark nicht wie im vergangenen Spieltag in der Champions League gegen Liverpool jetzt war ein guter Ball auf Rashica das war kein Abseits das war kein Abseits und der Mann macht den rein 2-0 Werder Bremen ist auf dem besten Wege die Hausaufgaben Richtung Champions League zu machen ich hoffe natürlich dass Leverkusen das auch macht denn wir können hier noch so hoch gewinnen wenn Leverkusen gewinnt gegen Leipzig dann ist für uns Schicht im Schacht dann müssen wir die Champions League gewinnen um wieder Champions League zu spielen jetzt bin ich mal gespannt das war auf jeden Fall also dass das kein Abseits war wundert mich ein bisschen das war bestimmt sehr sehr knapp aber er macht ihn rein 2-0 Bremen sehr stark oh Rashica der fightet der Mann der Rashica hat Bock auf Champions League und da sieht man der Mann hat richtig Bock auf Champions League das war nämlich mal weg also gespielt war da gerade ein Hackepass dabei war das einer von Rashica auf Gonzalez oder von Gonzalez auf Rashica da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher aber was ist denn hier gerade los Hannover wird einfach überfahren wir schauen hier nochmal Rashica nee der war nochmal und dann von Gonzalez der Mann aus Südamerika hat wohl ein bisschen brasilianisches Blut auf jeden Fall in seinen Adern Weltklasse Vorarbeit mit der Hacke was machen wir hier gerade mit Hannover die nehmen wir auseinander naja mit dem Außenrissball auf Jakobs das war richtig stark gespielt und Jakobs steckt durch auf Gonzalez die Abwehr mal wieder etwas löchrig bei Hannover und Gonzalez trifft den Ball da dann leider nicht voll damit dürfte es das jetzt gleich mit der ersten Halbzeit gewesen sein Hannover kriegt nochmal eine Chance Hannover kommt nochmal zurück mit dem 1 zu 3 also das war sehr stark gespielt und das Oberfemi den dann auch so rein macht das ist auch nicht selbstverständlich ich hoffe jetzt nicht dass die dann in der zweiten Halbzeit nochmal rankommen das ist natürlich der psychologisch wichtige Zeitpunkt Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen ich war schon nochmal ab oder weniger in der ersten Halbzeit mehr oder weniger und dann kommt Oberfemi nochmal das war super stark gespielt und Rico Henry ist da zu weit weg vom Mann muss man sagen wie es ist ich würde es aber gerne einfach nur in die Halbzeit weil dann werden die Zwischenstände eingeblendet ich bin gespannt erstmal zu unserem Spiel wir können zufrieden sein mit der ersten Halbzeit super Spiel gemacht das Tor ist unnötig aber es ist ja viel wichtiger was bei Leverkusen passiert ach Leverkusen führt RB Leipzig Leverkusen führt mein Gott Leipzig da muss noch was passieren wir gehen damit erstmal rein in die zweite Halbzeit wir ändern nichts ich meine wir führen ja 3-0 wollte ich jetzt sagen 3-1 souveräne Vorstellung eigentlich von uns deshalb brauchen wir nicht großartig was ändern aber Leipzig sollte da noch was ändern Rashica Rashica wie auch immer wir uns da irgendwie durchgemogelt haben das ist das 4-1 und ja spätestens jetzt ich glaube wir haben die Hoffnung von Hannover jetzt auch wieder in Grund und Boden getreten nach dem kurzen Aufbäumen wirklich sehr kurzes Aufbäumen das war gefühlt nur in der Kabine vor der Pause getroffen in die Kabine gegangen rausgekommen zwei Minuten später direkt Tor gasiert also von daher es war aber stark wie Rashica ihn getunnelt hat danach sieht es ein bisschen merkwürdig aus aber wir nehmen das 4-1 einfach mit hey Leute ich habe auch vor 15 FIFA Minuten eine Pause angemeldet weil ich wechseln wollte nochmal ein paar Leute die nicht so oft spielen ein bisschen Spielzeit kriegen ein bisschen fitnessbedingter Wechsel aber es geht einfach nichts davon durch weil es keine Spielunterbrechung gibt ich glaube da müssen wir mal eben kurz für eine Spielunterbrechung sorgen ja gut ich wollte eigentlich eher mit einem Tor dafür sorgen aber dann halt so damit kommen wir jetzt auf jeden Fall immer in die Wechsel durch Rashica geht runter Fuchs kommt nochmal rein dafür unser Jugendtalent Bentancur oder ne Betancur Bentancur irgendwie so kommt für Karamoko und Bender kam nochmal für Max Meier Bender macht auch direkt den Eckball auf Fuchs und das ist das 5 zu 1 direkt mal die beiden 9 in der Torbeteiligung das ist das schnellste Tor das schnellste Joker-Tor in unserer Karriere glaube ich und der schnellste Assist der schnellste Joker Assist und das schnellste Tor in einem Spiel äh das ist geisteskrank aber gut die Flanke einfach buddderweich und dann steht Fuchs da auch ein bisschen alleine und den Netzter der Mann ist groß der Mann hat Köpfchen den Netzter rein 5-1 Werder gegen Hannover das ist saustark und da kommt die Flanke da ist Jakobs da ist das nächste Tor und das ist auch der Assist für Betancourt oder so ich glaube die müsste von Betancourt gekommen sein die Flanke also alle unsere Subs haben jetzt innerhalb von ein paar Minuten Scorer-Punkte gesammelt ist ja geisteskrank und es ist 6-1 gegen Hannover also Hannover ist tot ich glaube die sind abgestiegen jetzt damit oder ich habe gar nicht auf die Tabelle geschaut auf jeden Fall Relegation gehe ich mal von aus und das war eine starke direkte Abnahme von Jakobs also hätte ich den in Real Life genommen wäre er wahrscheinlich sonst wo gelandet damit dürfte es das jetzt gewesen sein und so ist es wir gewinnen mit 6-1 gegen Hannover in einem sehr sehr furiosen Spiel es wäre schon verliegend wenn wir damit jetzt die Champions klar gemacht haben aber ja damit müssen wir hoffen dass Leverkusen Leipzig unterlegen war wir schauen hier auf die Spielinfo und der Sieg geht zu 100% in Ordnung auch die Höhe ist auch eigentlich in Ordnung wir waren das komplett überlegenere Team so hätten wir auch gefühlt eben gegen Liverpool verlieren können hätten uns nicht beschweren dürfen aber gut wir nutzen die Chance auf jeden Fall ziemlich gut gegen Hannover und damit ein vollkommen verdientes 6-1 wir werden jetzt gemeinsam auf weiter klicken weil wir werden dann sehen wie Leverkusen gegen Leipzig gespielt hat und Leverkusen hat das Spiel natürlich noch gewonnen mit 2-1 und damit ja wir schauen drauf wenn ich mich nicht komplett irgendwie verrechnet habe dann dürften wir Tabellen 5 da sein so ist es einen Punkt hinter Leverkusen oh man ist das bitter damit heißt es keine Champions League im nächsten Jahr außer wir gewinnen die Champions League und dann ist die Werder Karriere vorbei also entweder ist in der nächsten Folge diese Karriere vorbei oder sie müsste theoretisch noch 2 Saisons gehen weil wir in der nächsten Saison nicht mal Champions League spielen damit ja beenden wir die Folge jetzt aber auch wir schauen uns die ganzen Statistiken und so am Ende der nächsten Folge an wenn wir die beiden Finals gespielt haben gegen Dortmund im DFB Pokal und gegen ja Real Madrid in der Champions League ich bin gespannt was dann in der nächsten Folge bei rumkommt und ja vielleicht ist die nächste Folge auch die letzte Folge der Werder Karriere dann haben wir die Werder Karriere in 2 Saisons hätten wir sie abgeschlossen das wäre geisteskrank aber ja wir haben dann anscheinend ziemlich gut gemanagt auch allein schon so weit wie wir jetzt sind war die Saison geisteskrank nur Liga ist jetzt halt ein bisschen belastend dass wir nur 5 da sind na gut wir haben die Hausaufgabe gerade gemacht war ja Leverkusen leider nicht deswegen ja ist es nun mal so wie es ist wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja wenn ihr nichts mehr verpassen wollt dann abonniert gerne den Kanal aktiviert die Glocke checkt gerne Insta aus für ein bisschen Ultimate Team Content und damit bin ich raus für heute wünsche euch einen traumhaften Start in ein langes Wochenende und ja Daumen drücken morgen für das Werder Spiel gegen Gladbach damit bin ich raus für heute Leute haut rein ciao wir regieren Mosterdein Werder Bremen ist die eins in dieser stehe und vereint lebens sagen glöd und weiß wir regieren Mosterdein Mosterdein Mosterdein